Hey, ich bin Dana und neben mir steht Tibor, unser Mastermind für Unternehmensentwicklung. Gemeinsam begrüßen wir dich im coolsten Präventionszentrum in Berlin. Tibor hier hat die Visionen und die coolen Ideen, die das Polykom zu dem machen, was es heute ist. Ein kleiner Funfact zu mir. Vor 17 Jahren habe ich hier in der Zahnmedizin angefangen im Polykom. Aber jetzt, jetzt rocke ich das Präventionszentrum und kann es kaum erwarten, dich hier zu sehen. Polykom Präventionszentrum, boah, das klingt erstmal nach ganz viel Medizinkram, oder? Aber stell es dir einfach so vor, bei uns bekommst du den ultimativen Körpercheck wie eine Art Systemupdate. Und hinterher weißt du ganz genau, wie es um deinem Body steht. Und weil wir immer am Puls der Zeit bleiben wollen, hat Tibor dafür gesorgt, dass wir einen Mega-Igel-Katalog haben. Egal ob Basic-Check oder die Premium-Variante. Wir haben alles am Start und somit ist für jedes Budget was dabei. Hey, du hast dich bestimmt gerade eben gefragt, was bedeutet Igel-Katalog eigentlich? Igel steht für individuelle Gesundheitsleistung. Und aus unseren individuellen Gesundheitsleistungen haben wir einen Katalog für dich zusammengestellt, wo du dir aussuchen kannst, welchen Check-up du bei uns machen möchtest. Nachdem du deinen Check-up bei uns bekommen hast, Tüfteln Dana und unsere Ärzte haben gemeinsam mit dir den Masterplan aus, um deine Gesundheit zu verbessern. Das Sahnehäubchen hinter mir, das riesige medizinische Versorgungszentrum Polycum. Quasi das Einkaufszentrum für all deine medizinischen Bedürfnisse. Also, wie sieht's aus? Lust auf ein unverbindliches Gespräch mit mir hier im Präventionszentrum? See you soon! See you soon!